Wir sehen den Geig in der 7,5 Tonnen Sportplasse auch nochmal, aber jetzt sind wir erstmal 53,50 zu schlagen zu Platz 1. So, meine lieben Freunde, wir sind hier auf einem Trecker-Trek-Kohlenfeldtreffen. Das ist ein Fest für klein und groß. Auf dem Programm steht Traktor-Pulling, ein Oldtimer-Treff und vieles mehr. Das ist ein Fest für klein und groß, das ist ein Fest für klein und groß. Das ist ein Fest für klein und groß. Das ist ein Fest für klein und groß. Und wie erwartet, ein Kastell. Wahnsinnsleistung, das ist ein Kult übrig. Wahnsinn, Wahnsinn. Ich glaube, das kann man auch mal applaudieren. Das ist eine Wahnsinnsleistung, Kastell. Wahnsinn. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Wenn euch der Treckertreff in Kohlenfeld gefallen hat, dann könnt ihr mir ja einen Daumen nach oben lassen untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020